Wo will ich jetzt eigentlich, wo wollte ich hin? Da. Ich würde das jetzt nochmal probieren. Ich gebe da nicht auf. Da liegt was Rotes und das möchte ich haben. Wir nehmen aber vielleicht noch ein paar Raubs mit. Warum können die sich jetzt alle heilen? Das ist voll unfair. Stinkender Fühler, na ganz toll. Wollte ich schon immer am Krieg, ist so blöde Sachen. War die vorhin auch schon da? Die hab ich gar nicht gesehen. Oder kommen die nur nachts? War, glaub ich, Tag, wo ich hier war, ne? Sind die Echsen auch wieder alle da? Ja, natürlich sind die alle wieder da. Ach Mist, falscher Klatschgedrückt. Was wollt ihr jetzt da, ihr doofen Volks? Geht alle weg. Wer hat mich anvisiert? Hallo? Da. Dich da hinten. Wo auch immer. Geht doch alle weg. Das ist mein Leben. Ich will da voll. Und dann müssen die anderen drei auch noch mal machen. Über-Katana? Sagen wir es nicht, ich habe immer ein Katana gekauft, was ich auch so kriege. Warum kaufe ich überhaupt noch Items? Der kleine Schwarzschläger. Bringt zwar alles nichts, weil ich ja im Moment nicht einsetze, aber egal. Ich glaube, das Katana hatte ich ihm gekauft. Da sind sie. Wie, der das nicht mitkriegt? Also die KI ist manchmal schon ein bisschen doof. Aber ich will mich nicht beschweren. Das sind vielleicht sehr taube Echsen. Ich weiß auch gar nicht, ob Echsen, also richtige Echsen was hören können. Schlechte Waffe. Wollte ich schon immer. Hat ich glaube schon mal erwähnt. Muss ich jetzt den Schlüssel hinten auch nochmal aufsammeln? Oder habe ich den jetzt noch? Das weiß ich gerade gar nicht. Und ob ich dann Items auch nochmal aufsammeln muss. Das ist vermutlich unterwichtig. Oder? Nein. Unkohrleber. Ich glaube, ich muss den Schlüssel nochmal aufsammeln. Kann ich den von hier aus vielleicht schon sehen? Nein. Nö. Nö. Das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Nein. Oh, da stand ganz vorne. Ich hätte vielleicht ganz vorne nicht ganz hinten gucken sollen. Ich kenne es. Ah, egal. Das sind Erfahrungspunkte, die nehmen wir halt noch mit. So. Dann locken wir jetzt die drei dann nochmal zu uns. Weil er alleine ist schon schwer genug. Hauen wir nicht noch die drei Spinner da vorne dran. Na komm's. Danke. Gehen wir weit genug weg. So. Nein. Nein, das ist doch noch mal. Ähm. Kommt er wieder her? Hallo? Hey. Laufen die einfach weg. Ich glaube, ich spinne. Oh, ja. Hallo. Ist das eine Zeit? ist was ich jetzt mache ich mache jetzt was ganz lehmes das speichern ich speicher jetzt haha ich habe keine lust hat den ganzen kram wieder zu machen wenn ich sterbe dann lade ich einfach ok jungs und mädchen jungen mädchen aber jetzt will er nicht umbringen kann das doch noch irgendwie abwenden das nervig wieso kann da mich noch treffen heute hat es ein grünes und grüner sagen schon so sind dies machen können ich glaube ich ganz gut gewesen so dreier kombo angriff der kurzen steigertreffer für speziellen angriff blocken starker angriff schafft er das dann nicht ne ich glaube nicht schlecht aber ich kann ihn wieder beleben das ist das ist ein Komm, wir haben einen Fass, Leute. Wir haben einen Fass. Und eine Amulie-Wütze. Was auch immer ihr mir bringen kann. Und boah. Das war heftig. Kaiserfußschutz, Kaiserarmzeug. Schwepp-Legins. Und das da. Blauer Leuchtstein. Und die finde ich aber auch so. Also ich meine, ich hätte schon welche gefunden. Gott, es ist neblig hier hinten. Ich glaube, hier ist es ein bisschen nebliger als woanders. Da kommt mir das nur so vor. Und die müssten total durchnässt sein, wenn sie hier die ganze Zeit durch den Nebel laufen. Naja, das sind Schlüssel, habe ich aufgehoben. Also hier ist die Feste der Verbannung. Das muss ich doch da runter. Da gab es doch, gab es ja nicht irgendwo einen Abstieg genau hier. Leute. Was springt dir einfach? Ich sehe nichts. Rein, geh mal da weg. Danke. Boah. Das war doch noch höher, als ich gedacht habe. Das ist jetzt hier die Feste der Verbannung, ja? Ja. Das war doch noch mehr. Das war's für heute. Aber wir machen hier ordentliche Harmonieverbesserungen. Das war eigentlich ganz gut. Ach, schlechte Waffe können da behalten. Ungestümer Felix, noch so einer. Ähm, wir machen folgendes. Das wird wieder total lame. Ja, das tut mir leid, aber ich hab keine Lust, immer den ganzen Kram wieder von vorne zu machen. Hier, bitte, danke. Wenn mich so einer... Vielleicht guck ich erstmal, dass ich die Kleinen hier wegkrieg. Kommt mal her. Mist, jetzt haben wir den auch aufgestellt.